Begleitet uns heute an Tag 2 hier in Hongkong. Tag 2 hier in Hongkong. Tag 2 hier in Hongkong. Tag 2, wo war denn Tag 1 aus Hongkong? Ja, wie ihr wisst, ist in Hongkong auch ein Disneyland und den ersten Tag haben wir dafür genutzt, um das Disneyland zu besuchen. Das Video ist bereits online, könnt ihr euch gerne anschauen, verlinke ich auch gerne bei dem i. Und den zweiten Tag, da wir heute AIDA ablegen, nutzen wir noch ein bisschen, die Stadt zu erkunden. Wir haben heute einen AIDA-Ausflug gebucht, den City-Loop-Ausflug. Dann gehen wir jetzt hin, Treffpunkt ist 8.30 Uhr. Und ja, hier hinter mir seht ihr AIDA-Bella, sind jetzt gerade von Bord gegangen, werden zum Ausflugsbus gehen. Und ich nehme euch heute dann auch noch ein bisschen mit durch Hongkong. Und ich nehme euch heute an, hier in Hongkong. Now, wir sind in Khao-Lun. Der Tour dauert für etwa 5 Stunden. 5 Stunden. Das bedeutet, wir werden zurück nach 1.30 Uhr. Okay? About 1.30 Uhr. About 5 Stunden. Okay? Okay, where we're going? First stop is Hongkong Park. Hongkong Park. A very nice park. Yeah. And then, Victoria Peak. Today, maybe not a good day. Quite hazy, huh? And then, with Pulse Bay. With Pulse Bay. It's a beautiful beach in Hongkong. Then, Stenny Market. Where you can spend some money to do shopping. Support our economy. And then, back to the ship. Okay? Sounds good? Yeah. So, how many days in Hongkong? Two. Two. Yesterday and today. The ship lives today. Yeah, what time? Six. Six o'clock. Okay. Did you go on the tour yesterday? Yeah. Where did you go? Oh, Victoria Peak again? Yeah. Oh, same tour? No. But, Victoria Peak, where else? Disneyland. Oh, Disneyland. Wow, you went to Disneyland. Was it busy? No. No busy? No. Okay. Because, no school holiday. Yeah. Yeah. How about Lentown for the Big Buddha? Big Buddha, no? Victoria Peak, you went on the hop-on, hop-off bus or here? Yeah, with this driver. The peak and where? Just the peak. Where else? The first stop on our tour, the five hours has been costed about about 56 euros. So, for an AIDA-Ausflug is relatively cheap, because I'm not a fan of AIDA-Ausflux. The first time I'm going to go to the bus, because they are very cheap and are very strict on time. But, because we had yesterday already so anstrengend in Disneyland, I thought I was going to do have a bit of a bit of a bit of a bus, we'll see still a bit of a bit of a bit of a bit. And, um, there we go. Das Gebäude ist die Bank of China und das Gebäude mögen sie nicht, weil da so viele X sind und das passt nicht zum Feng Shui. Das ist Hong Kong Park, Hong Kong Park opened in 1991, 1991. Before that long time ago, this is the upper part of the Victoria Barat, the military camp. So a lot of the offices of the British forces come here. Jetzt haben wir hier eine halbe Stunde Zeit, um uns umzuschauen im Hong Kong Park. Und es sieht auf jeden Fall super schön aus, also echt mega. I am a Ich du redest. Ich bin hier im Hong Kong Park. Ich bin hier im Hong Kong, ein nemes Wetter, der mich nicht nur auf den Hof sind, aber ich bin hier im Hong Kong Park. Ich bin hier im Hong Kong Park. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind jetzt bei Repulse Bay, dem Strand hier in Hongkong, schauen uns ein bisschen um und hier gibt es auch eine schöne Statue, die ich euch jetzt zeigen werde. Also hier vorne ist wohl der Geldgott, deswegen fassen die den alle so an und stehen hier an, damit sie viel Geld bekommen. Musik 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 So, das ist jetzt hier der Strand. Und im Sommer hier sehr begehrt, wurde uns gesagt. Die war sehr schön aus. Musik 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 Ich habe meine Sonnenbrille im Bus liegen, also vergessen, ich wusste, wie die Sonne rauskommt. Ja, hier hätte ich mir tatsächlich mehr Zeit gewünscht am Strand. Wir hatten jetzt nur 20 Minuten, weil die Tempelanlage da, ich weiß nicht, ob es eine Tempelanlage ist, aber die ganzen Statuen da, was es da so gibt und so, das hätte ich mir gerne auch näher angeschaut und auch jetzt hier den Strand. Der sieht echt schön aus. Ich wäre auch gerne mal runter zum Wasser gegangen. Ich habe jetzt keine Badesachen dabei oder Flipflops, aber ja, 20 Minuten war ich hier definitiv viel zu kurz und das ist halt, was ich immer sage, ist der Nachteil von diesen AIDA Touren. Man hat dann immer so einen gewissen Zeitraum. Bei dem einen reicht es, bei dem anderen, also im Hong Kong Park finde ich, hat es gereicht. Oben auf dem Victoria Peak jetzt auch, weil eh keine Aussicht da war. Also man hat eh nichts gesehen und hier hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Zeit gewünscht. Aber ist jetzt so, auf jeden Fall ein sehr schöner Strand und meine Haare, die fühlen sich so feucht an von der Luftfeuchtigkeit, so richtig klamm. Machen wir die auch gleich wieder zu einem Zopf, äh, zu einer Haarklammer. Und ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Fleckchen hier, dieser Strand. Und im Sommer, wie gesagt, sehr begehrt. Kommen hier sehr viele Touristen hin. Im Sommer ist hier sehr, sehr viel los. Ja, sehr, sehr schön hier. Ich muss sagen, Hong Kong gefällt mir echt gut. Also auch nicht nur das Disneyland, sondern auch die Stadt selbst. Ähm, würde gern noch mehr erkunden. Aber ja, heißt ja nicht, dass ich hier zum letzten Mal bin. Auf gar keinen Fall. Wir sind jetzt auf dem Stanley-Markt angekommen und können hier ein paar Sachen kaufen. 45 Minuten haben wir jetzt hier, um, ja, Souvenirs zu kaufen. Keine Ahnung, was es hier sonst noch gibt. Gibt alles Mögliche, hat sie gesagt. Mal schauen. Schauen wir uns mal um. Servetki. Servetki. Feine Deckholen, aber nicht mehr. Ich komme gleich von. Keinen Platz. Koffer. Schalki do Mami Sie sagen, dass sie in der Autobus nur noch bis zu 10 Prozent handeln können. Hier gibt es nicht viel Handlung. Da war es schon sehr viel, oder? Ja, hier muss man. Hier sind 50 Prozent. Du musst Kleider, Taschen, Leder. So, wir sind zurück im Bus, haben so Handybänder gekauft. Mama wollte Kopfhörer haben und ich glaube, das war's, wir haben ja jetzt nicht gekauft. Wir haben jetzt noch 100 Hongkong-Dollar übrig und wir haben ja direkt vor dem Hafen das Oceans, also wir stehen ja am Oceans Terminal und da gibt es direkt ein Einkaufszentrum, was mit Harbour City, glaube ich, Shopping Center und da wollen wir auf jeden Fall heute Nachmittag auch nochmal durchschlendern. Ich brauche vielleicht eine Jeans, weil ich habe keine Jeans mitgenommen und in Shanghai wird es doch ein bisschen kühl. Und da wollen wir auf jeden Fall noch durchschlendern. Das Schiff liegt ja erst um 18 Uhr ab. Und wir haben jetzt, ja, 12.30 Uhr, wenn wir am Schiff zurück sind, vielleicht gehen wir was essen und dann gehen wir nochmal in die Shopping Mall. Ja, um euch auch noch einen Eindruck zu geben, was es hier so im Einkaufszentrum gibt. Ja, es gibt bekannte Namen, wie Sketches oder Eco, aber auch Rolex gesehen, Deutsch und Gabbana. Aber ja, hier gibt es alle möglichen Sachen, die ihr euch hier kaufen, Sportklamotten, es gibt auch was zu essen. Wifi gibt es hier. Viele auf dem Schiff haben ja hier kein Internet. Das heißt, ja, Wifi gibt es ja auch gratis. Und ja, wir schlindern jetzt hier durch und schauen, was wir shoppen können. Ein Satz mit X, das war wohl nix und gar nichts gekauft, was gut ist für unser Koffergewicht. Weil ich habe gestern schon echt viel gekauft im Disneyland, aber lange Hose ist nichts gewesen. Mal schauen, vielleicht in Taipei, da sind wir als nächstes. Also morgen ist Seetag und dann sind wir in Taipei in Taiwan. Und auch das erste, an das ich da war, also da bin, in Taiwan. Wir gehen jetzt zurück aufs Schiff und dann gehen wir noch ein bisschen am Pooldeck und werden dann das Auslaufen beobachten. Denn das ist richtig cool, wenn wir mit AIDA durch Hongkong fahren. Und das will ich euch natürlich auch nicht, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen in diesem Vlog, weil ich zeige es euch auch in diesem Vlog. So, wir legen jetzt gleich ab. Wir sind alle vollzählig wieder an Bord. Und ja, jetzt Richtung Taiwan. Wir haben auch gerade eben die Info bekommen vom Kapitän, dass wir morgen Abend schon in Taiwan sein werden. Aber erst um 23 Uhr oder um 0 Uhr, weil irgendwie das Wetter nachmittags nicht so gut sein soll und die Straße von Taiwan irgendwie auch eng ist. Ich habe es nicht so ganz verstanden, weil er, also wenn man hier draußen ist vor allem und er redet sehr leise, versteht man ihn kaum. Aber ja, wir sind auf jeden Fall morgen Abend schon in Taiwan. Okay. Da mir heute das Buffet so gut geschmeckt hat hier im Marktrestaurant, heute war das Thema Griechisch, zeige ich euch, was es hier heute so zu essen gab. Kann sein, dass es schon ein bisschen leer ist, weil ich jetzt kurz vor Schluss hier bin. Auf jeden Fall gab es heute Griechisch, also gibt es auf jeden Fall auch Tzatziki. Dann gab es hier auf der anderen Seite passend dazu Kartoffelecken, Gyros, Bifteki mit Rinderhack, Chili und Feta gefüllt. Dann gab es hier gegrilltes Hechtfilet, wie gesagt Gyros, war sehr sehr lecker. Dann gab es hier noch Kartoffeln und ja Gemüse, so Hähnchen, Hähnchenflügel, Tomaten, Paprikasauce, Bohnensalat. Dann gab es hier heute zwei verschiedene Suppen. heute gab es Rindfleischsuppe mit Kartoffeln, Karotten und Sellerie und die griechische Nationalsuppe mit Bohnen. Dann gab es hier einmal Moussaka, die wurde gerade aufgefüllt. Reis. Dann gibt es hier Hähnchen mit Tomaten, Oliven und Käse. Das hatte ich auch probiert, war sehr lecker. Hier gibt es Spaghetti mit Pilzen und sonnengetrockneten Tomaten. Eintopf mit Krita-Karaki-Nudeln und Lammfleisch. Ich habe das richtig ausgesprochen. Der Spargel hier war unglaublich lecker, der grüne, ich liebe grünen Spargel. Garnelen und Muscheln mit Knoblauch und Tomate. Hier gibt es hier auch noch eine Ecke für mit Schonkost und so weiter, aber das überspringen wir jetzt mal. Dann gibt es da vorne Eis, da stehen die Leute an. Und als Dessert, hier gibt es einmal Pfannkuchen mit Früchten und Walnusskuchen, Zitronencreme mit Honig und cremige Mascarpone mit Erdbeeren und Kakaobeströpp und natürlich Baklava. An Salat gibt es noch Thunfüchs-Salat, dann gibt es da Rote Beete und Eisbärksalat mit Hähnchenbrustfilet, Tomaten, Gurkenmais, Champignons und Joghurt-Dressing. So, ich bin zurück auf Kabine, gerade noch alleine und beende jetzt mal hier das Video. Das Licht ist immer furchtbar so gelblich auf der Kabine. Ja, wir hatten einen schönen Tag in Hongkong. Wir hatten echt Glück mit dem Wetter, es hat nicht geregnet. Klar, der Himmel hätte ein bisschen klarer sein können, aber so ist das hier in die Jahreszeit und trotzdem, ich bin ein großer Fan, muss ich sagen, jetzt von Hongkong. Die Stadt gefällt mir gut, Disneyland sowieso. Und ja, es wird nicht mein letzter Besuch gewesen sein in meinem Leben. Ich werde auf jeden Fall Hongkong irgendwann in den nächsten Jahren wieder besuchen wollen. Wann? Mal gucken, wann es wieder klappt. Das weiß man ja nie vorher. Aber ja, auf jeden Fall eine richtig tolle Stadt und möchte gern noch mehr davon sehen und noch mehr davon erleben. Ich hoffe, der Einblick in Hongkong hat euch gefallen. Morgen sind wir auf See, also Seetag. Und da werde ich noch den Schiffsrundgang filmen und ich wollte noch eine Fragerunde mit euch machen. Also ich wollte euch zeigen, was, also ich wollte bei Instagram fragen, was ich euch zeigen soll hier auf dem Schiff. Genau. Ja. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben. Dann abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao. Ciao.